Ich drehe mal wieder. Ja, es ist Hanseaten, die ich bedrehe. Ah, okay, dann weg hinter euch. Ich habe euch verloren. Wo seid ihr denn? Ach, dann klinge ich wirklich dich durch. Ja, ich weiß. Also. Hinter uns ist Balthasar und ich glaube unter Balthasar, hinter Balthasar ist Yellow. Und wer wollte die Küste langfliegen, ja. Jetzt nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr, stimmt. Bei Kegis gesagt hat. Leck wollte jetzt einfach wieder Richtung Imech kommen. Ja, ist ja gut, raus zu erklären, leid es gut, ich glaube hier. Basta. Leck mit dir hängt immer schön dran. 1-8-0-11, was Leckler was drauf hat hier. Ja, 1-8-0-11. 1-8-0-11. Der muss auf der 11 Uhr sein ungefähr. Auf der Frenchpoint ungefähr. Ne, stimmt gar nicht. Ah, hier. 11 Uhr hoch, Kontakt fliegt Richtung England. Ja, 12 Uhr hoch. Walter sagt, 12 Uhr hoch. Da ist es genau in der Stunde. Viggo, also Vollgas, ja. Ja, wir drehen über Rolf. Aber das könnte ja nicht von uns sein, weil der fliegt Richtung French, äh, Richtung England. Ja, aber sowieso. Wann? Ach, scheiße, jetzt habe ich dich verloren. Vielleicht über Rolf. Okay. Äh, auf deiner Ruhe, 3 Uhr wahrscheinlich. Ja. Wenn du der linke bist. Okay. Ja, genau. Großherr ist genau west bei mir. Heute über Rolf. Der Karaja, der Karaja erwischt hier. Ja, war Marquis, einer, der niedrig geflogen ist. Nördlich, Folkso. Oh, da zieht der Spitfire Yellow, warst du da gerade dran, ne? Ja, ja, ja. Es kommt übrigens noch ein Kontakt nördlich von Folkso. Und auf Halle Ober 30. Jetzt gleich kriegst du den Lass der Füße gleich. Spity westlich von Coquel auf ca. 30 jetzt. Inner Rieser. Rigt Flak. Geh mal auf die Spity, die Yellow gerade angegangen ist. Ja. Da ist noch ein schiefer Kontakt. Kann ich einsehen. Aber der kann uns noch nix. Auf Folkso. Körfer gesetzt, bin raus. Cool. Oh. Achso, Rennherz 1009 ist ganz steil runtergestürzt jetzt. Das war 50, 60. Ja, das war ich. Nee, doch nicht. Oder? Könnte ich auch nicht. Na, Rolf, jetzt steigen wir mal rein. Ja, ja. Nee, 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 lass, 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 lass. Hier läuft, oder? Nö, ja, ja, der Liese. Wo ist denn der Kontakt, den ich da nötig von Volkswagen gemeldet hab? Der war noch höher. Denkst du da dran? Ja, scheiße, nix getroffen. Mach ich doch nicht, ich mach mal einmal. Komm wieder rück, komm wieder zurück. Ah, Volkssturm, der ist ziemlich tief. Lag jetzt in den Mittelbau von mir. Ja, direkt an den Clipton. Nee, nee. Mittelspanspänt hab ich jetzt was. Was die Bombenkrieg. Ich glaub, ich mach jetzt was ganz dummes. Was? Ich glaub, ich mach jetzt was ganz dummes, sag ich. Ach, schwann. Muss aber noch höher sein als ich. Warte, sag, ein vier. Oh, ist 30 Grad, vier Kilometer. So, fünf Uhr, so, fünf Meter. Ich glaub, 0, 6, 0, vier Kilometer. Ah, jetzt hab ich zwei, äh, Speedy getroffen. Speedy hat Motor, Treffer und Wasserkühler. Wo bist du? Drecksack. Raus. Riesand, südlich. Hinter mir ist der 109. Ja, ist klar. Oh. Ich hab ne 50 Liter drin. Ich glaub, ich riefe zu hoch. Ah, sie hat da unten sind zwei, ne? Eine dreht unter dir noch. Etwas unterhalb. Wenn sie dir dann zieht, ich die Hand. Ja, der, direkt auf dem Weg. Okay. Habt ihr da gemetzelt, oder was? Weiß ich noch nicht. Ja, aber wo rein gehst du, das kann man nicht so richtig gut machen? Drei konnten wir noch auf die untere. Vielleicht kann ich die obere dann ziehen. Für dich. Dann hab ich das nicht so stürzt, ne? Mhm. Aber die obere bleibt bei mir. Aber Martell, ey. Mein Gott. Raus. Ich geh den oberen. Ich geh rein. Ich geh rein. King. Okay, klar. Peace. Speed by Vissant am Deck zusammengeschossen. Die andere drückt jetzt eure Richtung an. Okay. Sag mal, wann sie da ist. Ich hab gewohnt, keine Sicht. Moment, der bleibt hier oben bei mir. Der drückt, der drückt negativ. Ja, der drückt, der drückt negativ. Ja, ich seh's auch. Ist reingegangen. Oudo. Oudo. Geht's auf sie? Oudo. Geht jetzt Lisa. Scheiße. Schnell bleiben, schnell bleiben. Victor. Oh, da hat sich einer Wasserdüller geholt jetzt gerade. Ich häng an einer Spitze, die jetzt östlich Richtung Gide zieht. Ich hab water. Bin raus. Ah, ne Spiti hat Wasserkühler hier. Hat nur einen Motor zuschossen. Oh ja. So, die Spitze ist nicht water jetzt. Bitte geht über Lisa hoch. Ich bin alle schon im Arsch. Bin direkt über einrichtet. Wem meine ich nicht? Was soll der das vorgelegt? Jo, ich seh auch noch einen in der Lisa, die hier ohne irgendwas rumkürzt. Zwei Spitis mit Wasser, ich mit Wasser. Oh, ich hab zwei Spitis hinter mir mit Wasser. Oh ja. Ja, hast du. Stimmt. Zieh sie mal, schnell. Drück alles rein, was du hast von oben. Ja, ich hab alles, aber komm, der trifft mich. Guck mal. Ja, war's auf die Wichtgegehen? Leider. Komm schon, die alle auf den Stamm. Ja, sieht gut aus. Voll krass. Was mit der Spiti hier unten? Geht runter, ne? Die Spiti geht runter. Versuchten wir nochmal einen Schritt zu geben. Ja, genau. So, denk ich. Da kommt noch eine aus dem Volksrum reingeflogen, auf Hallow 20 ungefähr. Schnurrgerade. Stürzen runter. Das ist ja unglaublich. Schöne Treffer, wie auch immer. Ich. Ich bin hinter dir wie du. Achtung, Leute. Das ist frisch ins Ritt hier. Geht über Lisa. Du kannst rausgehen, geht rein. Schick. Jetzt, wenn's den aufhierst, gell. Hau da rein. So. Bei eins steht auf jeden Fall immer fest. Wir werden gleich ein paar stinksaure Spitfire-Jockeys, die wir fahren gleich an. Oh, Flak. Über... ...Morg. Ja, da ist eine Spiti auf 30, die stütze ich gerade an. Fliegt die Küste entlang. Wo lande ich denn? Auf dem Platz, der deinen Namen trägt. Komm, nimm Trampkur. Trampkur, ja, genau. Da ist es sicher. Ja, wie war's mit East End? Weltkrieg. Ich glaube, das ist doch noch drauf hier, oder? War das noch drauf? Aus dem ist noch drauf. Ja. Das Spiti geht runter, weil du... Oh, ja. Ja, genau, eine Umfrage hat. Eine Umfrage hat ja gegeben, dass, wenn du eingeschult wirst und hast den Namen Kevin. Dann bist du schon mal bei der Leeren durch. Da hast du auf jeden Fall schon mal so den ersten Eindruck weg. Hallo, mein Name ist Kevin, ich bin allein zu Hause. Ich finde das schon mal so gut, dass, wenn so Auswegleute im Ernst haben. Oh, Spile Speakers bei Frenchpoint. Nassen Fuß ist auf Harlow 35. Ich will ja noch eine Runde strafen. Ohlala. Du hast die auch noch untertitelt, ne? Wo die Deutschpräckend. Ach, da fliegt was, da krieg ich das lieber an. Mhm, hm. Guten night to you, baby, guten night. Guten night. Attacke Wer hält sich Kruger zurück weil die Schnauze von uns voll hat oder er probiert seinen neuen Stift? Stift sein provoziert Hat er jetzt sein eigenes Stift? Er hat jetzt seinen Stift Stift Kruger Was ist mit diesen Stiften? Stift kann Brückt er in der Hüfte Die Handbewegung seiner selbst in digitale Daten umbandeln und damit hin Begrüßig ist der Bund der Kugelschreiber Jawoll, Wasser geschossen noch Dafür habe ich noch ein anderes Bitty am Arsch Das ist glaube ich die Angeschossene, die kam nicht mehr viel Das geht Das geht Das geht Das geht Vor dem Kartenende runter Bitteschön, Dankeschön Aber wenn er landet und einfach im Flugzeug kommt Wenn er ein Pilot killt Also wenn er einfach crash landet und im Flugzeug bleibt cioo Haah needermbrite ooo scheiße Hier, der tritt ein dritt Zack Ja. Hallo. Hier stoße ein Franzosenwiederschuss in Russen. Raptor Russia Head to Jump, das wird doch der sein. Seh ich immer gerne springen. Der hat nämlich so funkige, weiß-rote Munition. Die Unternehmung Tod hat wieder zugeschlagen. Die Unternehmung Tod hat wieder weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020